das ist sie auch ich hoffe mal dass jetzt nicht schon wieder irgendwelche fremdropfen weil die sind gay die sind kacke diesen scheiße das sieht Prozent eigentlich noch alles sehr intakt aus nur dass sie halt kein niemand rumfliegt und das ein bisschen die Lichter am tänzeln sind an pulsieren wort lasst mich wer ist das warum habe ich ihnen vertraut wäppich warum tun sie das warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe sie sind ein gefährliches Geheimnis es wird sie nicht in Ruhe lassen sie haben Angst dass sie den Marker zerstören schließlich haben sie ihn ja gebaut wovon reden sie naja deshalb brachten wir sie her um Marker für uns zu bauen um die glorreiche Kompetenz auf die ganze Galaxis auszuweiten händen händen geben sie mir das heilmittel und lassen sie mich gehen nr 10 Frames wir brauchen ihr kostbares Köpfchen genauso wie es jetzt ist ja 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 schöne tolle Menschen würden sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stasel versetzen er darf auf keinen Fall sterben ja ich darf nicht sterben was schön nicht schön let me go so äh what the fuck ja was mache ich denn jetzt nicht cool Sicherheit eeeh Pattens Pattensmashing ich drück weiter e ja mach das auf und rein schöne Scheiße aber wir kriegen wieder Luft wir sind nicht allein guten Morgen ich hab das Gefühl ich sollte laufen oder irgendwie quick time events gleich machen ja boah das gefällt dir nicht ne na ja gefällt mir auch nicht hier unten bei dir zu sein ja oh shit lasst mir nicht schon wieder auf den Kopf auf den aua das reicht mir auf den Kopf rund zu hängen ist scheiße sooo jetzt lass mich los weg wuhu ich hab nicht das Gefühl dass der mich mag ich hab nicht das Gefühl dass der mich mag besser brenne ich einfach mal vor dem weg la 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 ja geil schon wieder nope was ist das für ein bin ich jetzt tot nein 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 halt dich fest ja man hört nix hi what the da fugt da fugt lass mich los instinktiv das richtige getan wo auch immer wir jetzt sind es tat gut soo 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 nein können sie mich hören nein es ist vorbei alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet nein 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 es ist nicht vorbei jedenfalls noch nicht es kommt noch mehr Isaac wir haben ihn gebaut also können wir ihn zerstören sie meinen den Marker wissen sie wo der Marker ist Strauss im 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 Regierungssektor es ist im Regierungssektor ich erinnere mich aber wir mitmachen mir läuft die Zeit davon uns läuft sie davon Strauss Strauss wo wollen sie denn hin ja ja los kommt jetzt was Minuten warten nein so kleines Resümee von diesem Framedrop Party das war ja sehr schön was da gerade passiert ist ne Energieknoten ist da jemand Kredits schön wieso habe ich das Spiel habe ich das Gefühl dass mich das Spiel verarschen will ich mag sowas nicht wenn man hier so alleine rumguckt aber das tut man ja ständig so okay wir sammeln einfach mal alles auf inklusive Gegner wenn wir die finden Gegner uh Gegner kommt raus Gregor will spielen da war kaputt ähm wo sollen wir lang da dann schauen wir mal nach da auch alles kaputt und verschlossen FedEx ist es nicht jetzt kommt noch wieder was durch die Türen hä nicht ah ihr seid nicht repetitiv das ist gut für die Leute die nicht wissen was repetitiv heißt wir what nein nein wir sind nicht wieder hier drin ich vertraue dem Ort hier nicht es ist bestimmt so eine kranke Scheiße wenn ich jetzt hier abspeicher dass hinter mir dann sowas steht weil in diesem Raum waren wir anscheinend schon mal wenn es nicht gleich schon mehrere gibt was mich nicht freuen würde hä ich habe gerade ein Hächeln gehört wir müssen nach da also gehen wir den Weg ich konnte gerade für eine Millimillimillisekunde durch die Tür schauen obwohl sie geschlossen war Manni so langsam wäre es aber auch dann wieder Zeit die Dinge loszuwerden oder generell mal einen Shop zu besuchen ist hier sonst noch etwas oder jemand oder nein wieso habe ich das Gefühl dass man auch Augenmerk darauf legen sollte ob sich etwas verändert wenn wir hier schon mal waren ist es schon komisch dass wir dann die Wertsachen nicht mitgenommen haben bist du nicht letztes Mal kaputt gegangen ja kommen sie raus bitte kommen sie raus haben sie keinen Zwang ne ich komme nicht raus au Kinderzimmer teddybär alles in bester Ordnung immer diese Referenzen zu kleinen unschuldigen Kindern Hältst du dir die jetzt backen halt die guschen es macht nervös der sieht interessant aus was ist 8 das ist ein Film schöner Film nicht gerade kommen wir nicht so sehr voran ich mag diese Stelle irgendwie nicht so viele Türen aber eigentlich sollte ich gar nicht so viel Angst haben ich habe da weh noch zum Schlaf geweckt da waren wir lang sag Gott was war ich noch was ja da hat jemand Morgenschmerzen und das nicht zu schlecht Leute wann wann kommt ihr denn ist der erste Gegner ihr seid doch scheiße was es hat mich nicht so sehr erschrocken aber es gutes Detail muss man sagen sehr schön sehr schön aber geht besser so nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns ich erinnere mich sie brachten uns zu der Maschine für unsere Sitzung für die Schritte ich erinnere mich an keine Sitzung sie haben Glück dass sie sich nicht erinnern denn wenn sie das tun dann kommt er zurück wer kommt zurück wer denn das ist das ist wie du bist bist da Kasinni Towers Cosmic Views Terrest Gear Living sehr schön du hörst aber es ist alle überlebenden squads haben Rückzug Sektor Operation Endfaser Notfall Pläne sind aktiv um Verluste zu kompensieren ha 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 die alle überlebenden Squads haben Rückzugsversiel wieder alles klar ich hab's verstanden so das heißt äh die nochmal Speicherpunkt okay dann wawawang ja ist gut ha erstmal triggern alles mögliche triggern was hier zu triggern geht ja keine Angst ah jei jei ah das war ja schön ähm hier gibt's nichts mehr was man verpassen könnte oder? oder? nein 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 gut so 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 zu und auch zu und keine Ahnung hat jemand ein Magengeschwür großes Feld ist groß hallo Oh, Mann. Hm. Was? Nein, wo kommst du her? Ich hasse diese kleinen... Was war das denn nochmal? Wow, what the... Ich weiß nicht mehr, wie man... Das war extrem dumme Idee. Ja, ich werde wohl abkacken. Hahaha. Ah, scheiße. Das war nicht sehr intelligent von mir, dass ich da einfach... Wo mache ich denn jetzt weiter? Stasen. Ja, das macht Sinn. Ah, genau, das sollte ich öfter benutzen, ne? Ah, schön wäre das. So, auf der anderen Seite kommt auch noch so'n... Äh, kleine Viecher. Vieh. Ne? Hier. Nicht mit mir diesmal. Da, fuck. Hier, schnell. Hier. Perfekt. Was? Wo ist der Schnelle? Wo ist der? Da, da. Ah, ah, ah. Ah, ich kann auch Staser benutzen. Hier, komm. Tot. Auf dich schieß ich nicht. Was, du was? Ge... Ach, Leute. Ach, Leute. Sehr schön. So. Vorbei mit dem Geballer. Hach. Das waren doch ein bisschen mehr Gegner, als ich anfangs erwartet habe. So, und jetzt sind hier so viele Überreste, dass ich nicht mehr weiß, wer mir noch was geben kann und wer nicht. So, oink, 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 ich hab' Geld für dich, oink. So. Du kannst mir nichts geben. Du nicht. Aber du sollst mir was machen, also auch nicht. Oh, da, da. Oh, man hätte hier auch rumlaufen können und die ganzen Sachen so schön mitnehmen können. Das wär' besser gewesen. Hätte, hätte Fahrerkette, ne? Wie sagt man so schön. Ah!